Beim achten Geschäftsfall haben wir ein neues Kürzel, BA123. Und dahinter steht Banküberweisung vom Kunden. Folglich muss BA nichts anderes heißen als Bankauszug. 67.400, das dürfte wohl leicht zu machen sein. Die Buchung dazu ist ganz einfach. Bank an Forderungen ALL und der einzige Betrag, der da steht. Wie bin ich da vorgegangen? Ich habe mich zuerst auf das gestürzt, was mir am leichtesten fällt. Die Bank. Banküberweisung vom Kunden. Das heißt, vom Kunden kommt etwas. Folglich kommt beim Bankkonto etwas an. Ein ziemlich großer Betrag. Folglich wird Bank im Soll angesprochen. Jetzt, woher weiß ich denn, dass auf die Haben-Seite Forderungen ALL gehört? Dazu muss ich ein bisschen nachdenken. Wenn eine Banküberweisung vom Kunden kommt, dann hat er in der Regel was bestellt und eine Rechnung bekommen. Und die habe ich irgendwann mal zuvor. Und das ist jetzt nicht in dieser großen Aufgabe drin. Aber trotzdem muss ich mir klar machen, irgendwann mal vorher habe ich eine Forderung im Soll angesprochen. Und genau die wird jetzt beglichen. Und deswegen kommt dieses Konto ins Haben. Die Tipps. Bei solcher Art Buchung, also immer wenn ein Kunde etwas per Banküberweisung bezahlt, dann muss uns klar sein, dass da immer ein Geschäftsfall in Form eines Verkaufs auf Ziel vorausgegangen ist. Und dass dieser Zielverkauf entsprechend gebucht wurde in Form einer Forderung ALL, die im Soll angesprochen wurde. Und die wird weniger. Und dann natürlich die Kontenbank und Forderungen ALL, die solltet ihr mit Namen und Nummern auswendig können.